Hallo zusammen, heute zeigen wir dir, wie du in nur ein paar Schritten ein neues Spielzeug für deinen Vierbeiner basteln kannst. Hierfür benötigst du vier alte Socken, einen Tennisball und eine Schere. Zuallererst schneidest du jede Socke in drei Streifen. Stülpe dann die Socken über einen Tennisball und schon kannst du mit dem Flechten loslegen. Achte hierbei darauf, dass du immer die gegenüberliegenden Streifen verwendest, sodass sich das Loch schließt. Und schon ist die Krake fertig. Musik